Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space. Ich hoffe ihr habt das jetzt überhaupt gehört. Ich denke mal schon. Wir müssen noch, ich glaube die letzte Giftkapsel dürfte es dann sein. Jawohl, eine Giftkapsel noch. Und dann sollten wir genug Gewebe proben haben. Und dann dürfen wir den ganzen Weg zurück laufen. Ich freue mich. Nö, hier speichere ich jetzt nicht. Alter! Mann! Warte, 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 warte. Alter, ich kann so doch überhaupt nicht zielen, Junge. Alter. Jetzt baller doch mal da drauf. Jetzt baller doch mal da drauf. Alter, willst du mich verarschen? Wo hältst du denn immer deine Kackwaffe hin, ey? Meine Güte. So. Boah, hat der mich erschrocken, ey. Unglaublich. Echt. Warum läufst du denn hier wie so ein Behinderter? Wir machen hier gerade keine Waldwanderschaft, Junge. Irgendwie möchte Isaac jetzt gerade diesen Spasti laufen. Naja gut, dann, äh, das sieht voll blöd aus mit dem Bein. Hat der mich erschrocken. Ich glaube, man hat es leicht dezent gehört. Ich muss jetzt mal was trinken. So. Lecker. Was? Ein Audio-Lock, nehmen wir mit. Organische Scheiße? Ist ja ekelhaft. Ja, ich bin voll begeistert. Hier wieder alles schon überwuchert, ey. Das ist doch. Moment, nee, 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 nee. Ist hier was? Oh, da oben ist Ström. Na nun? Machen wir mal kurz hier hin. Wie komme ich denn jetzt weiter? Ah, warte mal. Bestimmt irgendwie so. Sollte ich mich vielleicht, äh, ein wenig beeilen, bevor hier der Strom wieder angeht. Ich möchte gerne da rüber, danke. Isaac, du bist ein Superbund. Was? Wo? Wo, 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 wo? Da oben schon wieder diese kleinen Kackpiss-Mist-Uhren. Wo denn? Hier. Alter, ohne Spaß. Wie oft man mit denen, mit dieser Waffe da raufschießen muss, einfach nur. Unglaublich. Meine Güte, ey. So, jetzt lad mal nach. Lieber, lieber Isaac. So. Achso. Ey, ich bin gerade massivst verwirrt. Ah. Okay. Warum? Wie? Mann, ey. Warum kann ich denn von hier nicht da hin? Hm. Kann ich hier ran? Ja. Was? Alter. Wie? Wo kommt die denn schon wieder her? Wieder promäßig geschossen muss man da. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt lad doch mal nach. Hammer. Hammer. Scheiße. Fuck you. Wechsel die Waffe. Ich muss jetzt erstmal das Ding töten. So. Alter, ohne Scheiß. Verpiss dich, du behindertes Kackding. Die Atmosphärensteuerung hat einen Schalter, mit dem du das Sauerstoffrecycling neu starten kannst. Okay. Sobald die Luft sauber ist, kannst du ins Lebensmittellager. Isaac, ich hab mir diese Berichte durchgelesen. Die Cruising an, Massenhalluzinationen zu haben. Und jetzt? Naja, ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen. Aber das ist völlig unmöglich. Nichts ist unmöglich. Habe ich das jetzt aufgenommen? Keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall erstmal das haben. Ich glaube, ich hab's aufgenommen. Tatsache. Cooler Shit. Und jetzt muss ich wo genau hin? Warum soll ich denn da runter? Ja, gut. Wenn mir hier gezeigt wird, ich soll hier hin, dann werde ich doch da nichts gegen sagen. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder da auf die andere Seite. Ach, ich hab doch keine Ahnung. So. Achso. Ah, okay. Ich muss jetzt hier zurück, aber ich will nachladen. Nachladen. Was? Was? Wo? Wo? Lebst du? Ich sorge mal dafür, dass das nicht mehr so ist. Ne? Ich halte das für eine formidable Idee und die ist voll super und überhaupt. Ich muss jetzt hier hin. Aber auch nur kurz, dann bin ich auch schon wieder weg, weil ich wollte nur das Zeug haben, was da lag. So, ich bin wieder weg. So, scheiße. Jetzt hab ich wieder vergessen, wo ich hin muss. Ach, genau. Warte mal, ich muss erstmal hier hin. Ah, richtig, 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 richtig. So. Oh, genau, das funktioniert nicht. Ist schon klar. Machen wir jetzt direkt hier. Ah, okay, perfekt. Ah, okay, perfekt. Herz allerliebst. Und weiter geht's. Ach stimmt, hier war ja dieses Scheißteil. Wo ich mich so dezent erschrocken habe. So, erstmal unser Leben wieder auffüllen. Ich glaub, das letzte hätte ich mir jetzt sparen können. Egal. Ist wurscht. Das ist doch völlig egal. Ich möchte jetzt hier bitte speichern. Das wäre voll super. Und so weit her. Okay, weiter geht's. Müsst du da eigentlich... Warte mal auf hier. Müsst du da eigentlich gleich wieder in dem Raum sein? Bald. Demnächst. Aber noch nicht jetzt. Das dauert wahrscheinlich noch. Ich muss... Nein, ich bin noch in Ebene 2. Also wirklich. Ich muss doch runter hier. Okay. Was? Wie ist so... Komplett verwirrend hier manchmal. Was? Ach du Scheiße. Fuck you. Alter, du bist ja voll der schnelle Bursche hier. Scheiße. Sind jetzt hier hinter direkt mit der Tür? Wahrscheinlich. Verreckt. Verreckt. Manchmal verstehe ich das nicht, wie man trifft. Jetzt habe ich den dahinter ja auch kalt gemacht. Ich weiß aber nicht wie. Naja, ich möchte auch gar nicht näher nachfragen. Hauptsache diesen Tod. Da freuen wir uns doch drüber. Und das ist auch die Hauptsache. Hauptsache die Gegner sind tot. So. Moment. Hä? Weißt du, wo bin ich... Ist das nicht... Nee. War ich hier? Doch, hier war ich ja schon drin. Hab ich mir doch schon alles angeguckt. Isaac, wo bist du? Hier. Hilf mir. Ja, wo bist du? Dann sag doch erstmal, wo du bist. Weißt du? Gleich hier. Hilf mir. Echt. Sämtliche Luftschächte werden geflutet. Stickstoff und Sauerstoff-Sättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Alles klar. Jetzt darf ich da auch hin. Ich speichere hier einfach nochmal. Wir können uns das ja momentan leisten. Wir haben ja hier Speicherstände. Oh, maß. Da kann man ja einfach mal. So. Und jetzt... Muss... Nicht irgendwo da lang. Achso. Aha. Vielleicht ein Blick geradeaus hätte mir gezeigt, wo ich hin muss. Und zwar genau hier hin. Juhu. Okay. Na dann. Auf ins Lebensmittellager. Das sieht sehr schön aus. Das muss... So möchte ich meine Wohnung auch haben. Oh, Mann, ey. Das sieht hier echt sehr schmackhaft aus. Medipack nehmen. Das ist super. Das muss so. Okay. Da sind die allergisch gegen oder vertragen es zumindest nicht. Die mögen das nicht. Was auch immer. Was? Scheiße. Was? Willst du mich verarschen? So ein Gift schaffst es nicht. Aber jetzt soll ich da rein, ne? So als einfacher Mensch. Und solltest... Ja... Hallo? Oh... Eintritt Schwerelosigkeit. Ne, das... Sehe ich anders. Wo soll ich denn hier hin? Ach, einfach nur geradeaus. Naja, das... Am Arsch. Am Arsch. Fuck. You. Aua. Uh. Kacktes Kackteil. Kann ich das eigentlich in Stase versetzen? Okay. Okay, das hat sich gerade zurückgezogen. Oh, nö. So. Das Alterchen habe ich schon mal abgebaut. Das kommt bestimmt der nächste. Welcher ist denn der nächste? Äh? So. Verdammt. Das war jetzt ein bisschen schnell. Und übermütig. Los. Fuck. Jetzt hat er mich voll erwischt, ey. Los. Ach, Eis, ey. Nicht immer nachladen. Warte mal. Scheiße. Das war jetzt ja voll Pro-mäßig, ey. Muss man ja einfach so sagen. Los. Einfach rauf. Ey, den nimm doch mal weg da. Treib ich noch nix. Kind. Hilfe. Oh. Schon wieder getroffen, ey. Also ich glaube, das macht auch nicht so viel. So. Weg mit dir, du Tentakelmonster, ey. Voll der... Hallo? Was? Nein. Verdammt. Ich habe keine Muni mehr für die Waffe. Alter. Isaac. Los. Lauf, Isaac. Lauf. Sag mal. Kann ich... Nein. Boah. Soll ich vielleicht eine andere Waffe gerade nehmen? Äh, ja. Ja. Toll, toll. Ja, supi, supi, dupi und hupi und überhaupt. Ähm. Nein. Alter, leck mich doch am Arsch. Behalt deine Scheiße bei dir. Kack Ding. Das sieht aus wie so ein Riesen... Na ja. Alter. Nö, oder? Ach, komm. Alter. Fuck you. So, warte, komm her. Alter, jetzt kommt er wieder mit dem Scheiß an, Junge. Ich habe doch keine Muni mehr. Doch nix. Hier. Nein, du willst mich treffen und dann bin ich tot. Ich habe nämlich keine... Keine nix. Also, ich würde ja mal fast sagen, ich werde hier sterben. Weil ich habe keine Munition mehr. Und ja. Ach, guck mal. Ja, ich bin doch durchgelaufen und dann hat er mich doch... Das ist doch scheiße. Er hat uns aber schönster Pflug, muss man ja sagen. Aber laufen können wir immer noch. Hihi. Alter, was willst du mich verarschen? Wie soll ich denn das Ding hier töten, ey? Denn so eine Million Runden und hin und her und so weiter. Ich glaube, ich sollte mehr... Isaac, das hat nix gebracht. Wir müssen noch ein bisschen weitermachen, weil sonst ist doof. So, ich nehme jetzt direkt das Ding hier. Zack. Da kommt er eh gleich. Ah, komm her jetzt. Jetzt ist mir egal. Jetzt habe ich den Dreh raus, ey. Wirst du sehen. Hier. Ja, der war voll daneben auch noch. Mann, leck mich doch am Arsch, ey. Du behindertes Kackteil. Jetzt steh mal auf, Isaac. Hier. Hier. So. So. Ich kann ihn auch überhaupt nicht treffen, ey. Das ist voll blöd gemacht, der Rotz. Ja, fick dich. Ich muss so anders sein. Ich habe hier nichts mehr zum Werfen. So. Ja, der war daneben. Ist schon klar. Deine Mutter war auch daneben. Ich kann ihn überhaupt nicht so treffen. Das ist voll blöd. Jetzt komme raus da mit deiner Eiterbeule, du Kacki. Ey, ich werde auf jeden Fall immer getroffen. Vielleicht sollte ich da mal versuchen wegzurennen. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme, die man so einleiten könnte. Das bringt überhaupt gar nicht. Ja, jetzt ist er da, genau. Oh, das war geil getroffen. Achso, ich wollte gerade sagen. Oh, das war geil getroffen. Ich muss mal ein bisschen rennen hier, weil irgendwie... Das ist doof, ne? Ja, mir sind gerade die... Alter, leck mich doch am Arsch. So, immer schön zurück. Hier. Nö, kannst du behalten, die Scheiße. Die will ich nicht haben. Stinkst aus dem Maul, du Penner. Ich habe nur noch vier ganze Schuss, ey. Der ist super. Schaffe ich ganz bestimmt. Scheiße. Vor allem, ich hatte ehrlich gesagt gehofft, okay, du machst es einmal, bam, und dann ist er tot. Aber nö, der hat keinen Bock zu sterben. Der will noch ein bisschen weiterleben. Hammer. Warte mal, hier ist Medipack. Nimm doch das Medipack, Isaac. Ach, er hat es genommen, alles klar. Super, Isaac, du bist mein Mann. Ich traue mich jetzt gar nicht zu dem Vieh umzudrehen, ehrlich gesagt. Ja, jetzt kommt er natürlich wieder mit seinen Monster-Tentakeln. Alter, ich habe mir noch meinen Schuss damit. Jetzt will ich mich gerade verarschen. Ja, wo? Da geht er runter. Okay, ich renne. Ich renne, das bringt doch alles nichts, ey. Ohne Witz, wie soll ich denn da rankommen so schnell? Das geht doch gar nicht. Tja. Ich habe so ein minimales Problemchen. Ich habe nämlich keine Medipacks mehr. Ah, jetzt kommt er hiermit auch nochmal. Schon klar, Junge. Okay, das war es wieder mit dem Schuss. Das ist super. So. Ah, hier habe ich natürlich auch keine Muni mehr. Hammer. Warte, warte. Alter, ich wollte... Mann, du behinderte Wichsknödelkacke, ey. Jetzt hat er es natürlich nicht aufgenommen, weil ich gerade voll den falschen Knopf gedrückt habe. Hammer. Scheiße, hier ist ein Medipack los. Hat er es genommen? So. Auf jeden Fall erst mal wieder full life. Das ist ja auch schon mal was wert. Oh, komm, das kriege ich. Das kriege ich, jawohl. Weiß zwar jetzt nicht, wofür das war, aber das ist völlig wurscht. Hauptsache, ich habe es. Okay, dafür habe ich immer noch nichts. Hierfür habe ich aber auf jeden Fall Waffe eingesammelt. Komm schon, Mann. Geh ab. Verkackter Mongoarm, ey. Warte mal, hier war was. Hier war was. Hier war was. Isaac. So, einfach raufschießen. So, ich habe keine Muni mehr. Doch, ein bisschen habe ich noch. So, was kommt jetzt? Ah, wieder das hier. Mach doch mal den Arm da weg, ey, du Arsch. Scheiße. Meine Munition ist alle. Aua. Du Sumpffrosch. Nachladen. Ich kann nicht nachladen. Ey, ich habe nichts Munition, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich brauche Munition. Aua. Aua, aua. So, wann man das darf hier? Okay. Ich habe... Fetzigerweise genau zwei Schuss mit dieser Waffe und das war es schon wieder. Tschüss. Wo ist denn hier die ganze Munition? Hier ist doch so viel rumgeschwirrt. Oh, da ist gerade was. Ich habe gerade was aufgesammelt, was irgendwo herkam. Ich bin dankbar dafür. Scheiße. Lauf, 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 lauf. I, zack. So. Ah, der Arm, der will nicht kaputt gehen. Das ist natürlich blöd. Äh, ja. Ich habe einen ganzen Schuss. Ich bin mal wieder weg. So. Mal gucken, wo das nächste Munitionspäckchen liegt, ne? So, warte mal. Wo geht denn der runter? Hier? Ich bin weg. So. Oh, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Los. Jawohl. Das war doch für die Waffe. Ach nee, scheiße. Das war für die Strahlenwaffe. Hilfe. Es schießt auf mich. Alter. Lauf. So. Zwei Schuss, na super. Weg. Ja, ich hätte mal weiter weggehen sollen. Aber ich habe mich gut geduckt, muss man sagen. Das war schon erst rein. Man könnte ja fast meinen Schaps drauf. Aber auch nur fast. So. Ich brauche mehr Munition. 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 Das brauche ich. Denn ohne Munition ist das alles ein bisschen doof. So. Warte mal. Da wollte ich dir was sagen. Was? Nein. Weg da. Klar. Okay, eigentlich klappt das ja ganz gut mit dem Ausweichen, muss man sagen. Auch wenn ich jetzt ein bisschen nah dran stehe, aber macht er nichts. Hier ist auf jeden Fall noch mehr Munition. Ja, du stinkst immer noch aus dem Maul. Da kannst du machen, was du willst. Da war auch was. Shit. Ich brauche Munition. Ich brauche Munition. 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 Ja, das brauche ich jetzt. So dringend. Okay. Fetzigerweise neun Schuss. Das war schon mal schön. So. Warte, 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 weg. So. Okay. Der Arm ist auch ab. Ich hoffe, Jetzt geht's nur noch darum, ihn hier in die Fresse zu geben. Das Problem ist, das kann ich gerade auch nicht. Nein. Hilfe. Okay. Alter. Nein. Scheiße. Schön weiterlaufen. Ich komme hier so ein bisschen vor wie ein Hamster. Moment. Hier habe ich doch was gesehen. Muss man einfach mal so sagen. Oh. Wie ein Hamsterchen im Laufrad. So komme ich mir gerade vor. So. Lad mal nach. Halt die Fresse. Dein Mundkuli geht. Oh, fuck jetzt. Nein. So. La, 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 la. Keine Munition. Er kommt wieder und will irgendwas auf mich spucken. So, wir laufen weiter. Ey, ich suche die ganze Zeit hier Munition. Ich finde aber nichts. Ey, ich brauche Muni, Jungs. Munition. Da habe ich doch wieder was. Ich laufe mir aber lieber weiter, bevor ich hier irgendwie... Hilfe. Ach, shit. Okay, 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 okay. Naja, fuck. Komm schon. Nein, shit. Das war voll der Fail. Aber ein richtiger, ey. Scheiße. Ich brauche Munition, Munition, Munition. Wo ist denn hier die ganze Munition? Wo hin? Tja, hier gibt es irgendwie... Warum gibt es hier denn keine Munition? Oh, ich muss mal weg hier. So, wir rennen einfach. Vielleicht sammle ich hier irgendwo was auf. Ich kann es mir jetzt gerade nicht vorstellen, weil... Aber ich brauche ja Munition, ne? Ich weiß nämlich nicht. Und irgendwie möchte ich das auch nicht probieren. Aber ich probiere es jetzt einmal. Ach, guck mal, das geht Tatsache. So. Yeah! Ich habe es geschafft. Du hässliches Kackvieh. Wir haben keine Munition mehr. Ich glaube, unser Inventar ist komplett leer. Oh, ne, guck mal. Halbleiter haben wir noch. Und ein Starsepack. Ja, leck mich am Arsch. Das war's. Boah. Hammond, hören Sie? Die Sauerstoff-Sättigung normalisiert sich. Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Wirklicherweise tot. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absetzen. Oh Gott. Keine Ahnung, wie lange die Töne halten wird. Alter, ich habe gerade hier voll das riesen-monstermäßige Monstervieh kaputt gehauen und du willst jetzt nicht so irgendwas anderes wieder machen. Meine Güte. Wo muss ich denn lang? Hallo? Wir wollen uns kurz hier auf dem Map gucken. Show me. Okay. Show me nix. Ist auch okay. Wie komme ich denn hier wieder raus? Naja, wir werden das mal in der nächsten Folge... Ach, guck mal. Da werde ich mich jetzt schon mal hinporten. Oder fliegen. Viel eher. Hier müssen wir nämlich raus. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Medipacks mehr. Aber wir haben dieses Riesenvieh gekillt. Damit beende ich die Folge. Bedanke mich bei euch für das Einschalten. Und hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Haut rein, Leute.